Den ÖVP-Europa-Abgeordneten und ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments begrüße ich jetzt im Studio. Guten Abend, Dr. Karras. Schönen guten Abend. Herr Karras, sind Sie der ÖVP, damit heute nicht vielleicht zuvor gekommen, mit einer Entscheidung, weil vielleicht hätte sie die ÖVP bei einer Europawahl auf einer Liste gar nicht mehr vorgesehen. Das war eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe vor dem Sommer angekündigt, dass ich mich im Sommer entscheiden werde, was ich im nächsten Jahr tun werde. Und ich habe heute meine Entscheidung bekannt gegeben, Sie haben das im Beitrag gehört, die ist mir nicht leicht gefallen, bekannt gegeben, dass ich bei der Europaparlamentswahl nicht kandidiere. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich halte sie für notwendig und für richtig und ich habe sie heute begründet. Warum notwendig? Notwendig deshalb, weil ich mir große Sorgen über die viele Fehlentwicklungen in der Politik, das hat nichts nur mit einer Partei zu tun, und in Europa mache. Die Fragen, die Sie angesprochen haben, das Blinken nach links oder rechts, ist ja leider generell eine gesellschaftspolitische Entwicklung, wo die Mitte und der soziale Zusammenhalt verloren geht. Wir stehen aber vor dem größten Transformationsprozess in der Geschichte, wirtschaftlich, sozial, ökologisch und geopolitisch. Und daher ist es mir so wichtig, parteiübergreifend zusammenzuarbeiten und für das Richtige und das Notwendig zu werden und mich nicht auf reine parteitaktische Überlegungen oder nationalistische Überlegungen einzulassen, weil das führt zu keinen Lösungen. Aber wie sollen das Ihre Wählerinnen und Wähler verstehen, wenn Sie sagen, es gebe offenbar sehr, sehr viel zu tun und sehr viele Probleme und Sie sich aber gleichzeitig zurückziehen? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich zurückziehe. Vom Europäischen Parlament schon. Ich habe sehr deutlich gesagt, dass ich bei der Wahl nicht antrete. Hier muss es eine bestimmte Übereinstimmung zwischen den Listen und den Personen geben. Hier hat es sehr viele Irritationen, sowohl menschlich als auch inhaltlich als auch strategisch, in den letzten Jahren gegeben. Die habe ich auch nie verschwiegen. Und daher habe ich es für richtig und für notwendig erachtet, nicht bei der Wahl anzutreten. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, ich bleibe. Ich bin ja im Europaparlament tätig. Daher werde ich mich in der Europaparlamentswahl engagieren, die eine Richtungsentscheidung wird. Ich bin Präsident des Hilfswerks Österreich. Die soziale Frage, die Frage der Pflege ist eine zentrale in Österreich. Und ich leite ein überparteiliches Bürgerforum, wo ich die Zusammenarbeit verschiedener Parteien, die Europa und die Rolle Österreichs außer Streit stellen wollen. Ich bleibe politisch aktiv. Ich erfülle meine Verantwortung. Ich kandidiere nicht mehr. Ich bin ein politischer Mensch und trage sehr gerne Verantwortung. Dann bleiben wir da gleich bei Ihren Zukunftsperspektiven. Sie sagen, Sie tragen sehr gerne politische Verantwortung. Sie sagen heute auch am Vormittag, dass Sie ein Kämpfer bleiben, im Hinblick auf die Nationalratswahl auch ein Wahlkämpfer. Das hängt ja nicht mehr von mir ab. Ich habe heute für mich... Aber es ist auch Ihre Entscheidung. Aber ganz offen gesagt, ich habe heute eine nicht einfache Entscheidung getroffen. Ich habe angekündigt, sie bekannt zu machen. Was passiert, welche Türen offen werden, durch welche Tür ich gehe, kann ich Ihnen ehrlicherweise heute nicht sagen. Diese Entscheidung hängt auch nicht nur von mir ab. Ich werde aber eines, und das kann ich versprechen, durch jegliche Tür nur dann gehen, wenn sie zum Mehrwert Österreichs beitragen und die Europäische Union stärken. Und ich das tun kann, was ich für die Bürgerinnen und Bürger und für die Herausforderungen unserer Zeit für richtig und für notwendig achte. Welche Aufgabe ich weitermache, neben denen, die ich habe, nach dem Ende meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament, kann ich Ihnen bei bestem Willen jetzt nicht sagen. Ein Nein ist das jedenfalls nicht. Wann entscheiden Sie dann, durch welche Tür Sie gehen wollen? Gibt es da wieder einen Zeithorizont, so wie Sie jetzt den Sommer genannt haben? Ich habe jetzt eine für mich wichtige Entscheidung getroffen. Es steht momentan keine zweite Entscheidung an. Es steht die Entscheidung der Türen an, wie Sie gerade gesagt haben. Es steht an, mein Versprechen weiterhin gerne politische Verantwortung zu übernehmen, meine Aufgaben zu erfüllen. Und was sich ergibt, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, weil das, was sich ergibt, kann ich heute, weiß ich heute nicht. Aber ich werde verantwortungsvoll eine Entscheidung treffen. Dann frage ich trotzdem noch nach, wann Sie Bundespräsident werden? Ich möchte Verantwortung für Österreich weiter wahrnehmen. Haben Sie Angebote von anderen Parteien zur Unterstützung bekommen? Ich habe heute sehr viel Unterstützung bekommen. Ich habe auch sehr viele Mails und SMS und Tweets von außerhalb Österreichs erhalten. Das freut mich, das bestätigt mich in meiner Arbeit. Und ich habe sie parteiübergreifend bekommen. Und ich werde weiterhin diese parteiübergreifende Zusammenarbeit in Österreich und in Europa suchen. Weil ich sie für dringend notwendig halte, dass wir lernen, über den Tellerrand zu blicken. Staatspolitische Verantwortung muss über Parteitaktschick stehen. Ich möchte dann noch einmal zurückkommen auf das, was Sie heute in dieser Pressekonferenz gesagt haben. Da haben Sie nicht mit Kritik an Ihrer Partei, an der ÖVP, gespart. Haben Sie Bundeskanzler Nehammer vor der Pressekonferenz heute über Ihren Schritt informiert? Nein, das habe ich nicht. Ich habe eine sehr persönliche Entscheidung getroffen. Ich habe bekannt gegeben, dass ich sie treffen werde. Aber die Frage, es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist keine Entscheidung, die aus einem Gespräch mit der Bundespartei heraus erwachsen ist. Aber Sie kritisieren heute sehr wortreich den Stil in der Politik, auch den Stil der ÖVP. Ist dann das der Stil, den Sie mit ÖVP-Chef Nehammer pflegen? Ich habe mich heute auch sehr massiv dafür eingesetzt, dass es zu einer neuen Debattenkultur in Österreich und innerhalb der Parteien kommt. Dass es auch zu einer neuen Debattenkultur zwischen den Parteien und mehr Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kommt. Und für diesen Dialog, für diese Politisierung der Politik bin ich immer eingetreten. Und genau diese Debattenkultur und dieser Dialog ist mir auch innerhalb der Partei in den letzten Jahren abgegangen. Man muss ja sehr deutlich auch einmal aussprechen, loyal gegenüber einer Partei ist man nicht erst dann, wenn alle einer Meinung sind, sondern wenn man miteinander diskutiert und man unterschiedliche Meinungen respektiert. Aber ich bin mit dem Bundeskanzler im Gespräch. Apropos loyal gegenüber einer Partei, Sie wollen auch ÖVP-Mitglied bleiben, sagen, Sie stimmen mit den Werten des Parteiprogramms überein, kritisieren aber eben die Partei auch in ihren Aussagen und in ihren Ausrichtungen da wirklich auf ganzer Linie. Wie geht sich das aus? Ich habe ja heute begründet, warum ich nicht mehr bei der Europaparlamentswahl antrete. Und ich habe ja auch jetzt gerade gesagt, die Zugehörigkeit zu einer politischen Wertegemeinschaft darf nicht immer abhängig gemacht werden von der Einheitlichkeit der Meinung. Ich bin weltoffener Christdemokrat. Ich bringe jemanden, der die Zukunft Österreichs engstens mit der Zukunft Europas verbindet. Ich stehe für die Mitte und den sozialen Zusammenhalt in der Mitte. Und ich sehe meine Verantwortung auch darin, für diese Ziele und für diese Werte weiterhin zu kämpfen. Eine Kandidatur geht sich derzeit nicht aus. Dann sprechen wir auch noch weiterhin über Ihre Werte. Die ÖVP ist in Koalitionen, in Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ in mehreren Bundesländern. Geht sich das mit Ihren christlich-sozialen Anforderungen aus? Ich habe mein ganzes Leben und auch in allen erfolgreich geschlagenen Wahlen 2009, 2014 und 2019 eine sehr klare Abgrenzung zur FPÖ getroffen. Ich sehe, dass die FPÖ im Europaparlament mit der AfD und mit den Rechtsextremen gemeinsame Sache machen. Dass uns der zunehmend immer antieuropäischere Kurs und immer mehr nationalistische Kurs der Schuldzuweisungen der FPÖ schadet. Und ich habe immer kein Hehl daraus gemacht, dass ich eine klare Abgrenzung zur FPÖ erwarte. Und dass für mich die FPÖ kein Regierungspartner ist. Ich werde auch alles im Nationalratswahlkampf tun, um eine Regierungsbeteiligung und einen Erfolg der FPÖ zu verhindern, weil er antieuropäisch und gegen die Menschenrechte ist. Da muss ich jetzt aber schon noch nachfragen. Im Nationalratswahlkampf, in welcher Position, an welcher Stelle? Als Bürger, als Verantwortungsträger, als Mitglied des Europäischen Parlaments. Und würden Sie eine Koalition, eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen? Ja. Ganz eindeutig. Ja. Ich schließe auch eine Koalition mit der FPÖ aus. Herr Karras, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Dankeschön.